aufpassen passt auf hat aufgepasst kannst du mal kurz auf meine tasche aufpassen kannst du mal kurz auf meine tasche aufpassen er passt im unterricht nicht auf er passt im unterricht nicht auf pass auf der teller fällt gleich auf den boden pass auf der teller fällt gleich auf den boden der babysitter passt heute abend auf die kinder auf der babysitter passt heute abend auf die kinder auf ja 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 ja